Eine interessante Freistoßposition, Holdak bringt den Ball direkt aufs Tor, 1 zu 0 für Rot-Weiß-Aalen, unhaltbar, wunderschön, einzigartig, direkt ins Tor, aus dem Nichts, das 1 zu 0 für Rot-Weiß-Aalen, hier sehen wir nochmal diesen Freistoß, wunderschön ins Eck. Das 1 zu 0 von Jan Holdak. Holdak, und da ist noch das 1 zu 0. Den Gedanken schnell. Bermann, Bermann hält den Ball hoch, was macht er denn? Das 1 zu 0 für Rot-Weiß-Aalen. Wo steht es in Ruiz, wo ist der Ball? Er weiß es nicht. Und dann ist es Jan Holdak. Passend zur 30. Minute, diese Aktion, Mai, Matsulo und Holdak mit dem Ausgleich. Was ist das so? Wie laufen können denn? Das ist ja drin. Und das Hetzte noch. Es geht. Gey, nicht im Abseits. Ist das das Achte? Es ist das Achte. Es kann. Letzte Woche noch vor Beginn an. Und das Tor! Und der Treffer! Wir sind im Seniorenfußball. Holdak. Und die wird zum 5 zu 0. Zwartzig. Holdak. Gute Boxbesetzung. Karlath! Eine 1 zu 3 Niederlage. Flache Ecke. Interessante Variante. Nochmal. Und Tor!